Sag hier, ich nähe mir denn die ganze Zeit. Der ist ja gar nicht mehr da, Alter. Ich hab den schon viermal genommen. Ich hab ihn aber nicht gesehen. Ich geh kaputt hier. Hier raschelt einer im Busch, draußen beschießen sie sich. Du hörst das nicht? Nö, nö. Alter, spielt ja jeder sein eigenes Spiel. Oh, ich hab sie gesprengt, alle zwei. Sie sind... Der Motor ist ja aus meiner Hustastasse gefallen. Hier, hier liegt er. Wie liegt denn der hier? Wo liegt der vor mir? Da liegt der. Ah ja, nein. Was? Ich geh aus dem Bild. Da lebt er noch, ach? Ja, ich konnte ja nicht schießen, doch der Teufel oder so rannte er mir vor der Nase rum. Ich seh den ja noch nicht einmal. Achso. So, weiter geht's. Alter, was ist hier an dem Raid los? Oh, mir ist ein Baustelliges geworden. Ja. Ist hier ein... Ja, da ist ein Krankenwagen. Ich renne mal schnell hin. Ja, ja. Hoffentlich überlebe ich's. Ihr könnt ja hierbleiben. Ich komme gleich zurück. Joa. Das war's. Ich renne mal mit. Warum? Weil ich da drüben bin, dass eine Fressbude rein muss. Achso. Ich warte hier. Ah, da steht der scheiß Krankenwagen. Wahnsinn, die Fressbude und die Wörter hier. Ach ja. So, um das Dreckding. Ey, was ist das denn? Jetzt muss ich mir noch die scheiß Fotos angucken, oder was? Nehmen wir gleich noch ein paar Erbsen mit. Oh, hier liegt alles voll, Alter. Weißt du was? Boah, was ist hier fressen? Junge. Ja, ja. Wenn keiner da ist, was hier für fressen in dem Punkt rumliegt, Alter. Warum hat der... Lass mir auch noch was. Oh, warte mal, da könnte ich da eigentlich auch gleich noch drüben in das eine große rein, oder? Das kappelt. Geil. Wenn man sich mal beim Beinantackern... Ja. Lexus sind die Post. Kommst du die angerannt? Ja, hier heißt das irgendwas. Hilfe. Wo bist du? Alter. Seid ihr wieder auf der Baustelle? Ja. Ich bin auf der Baustelle. Okay, ich komme hin. Wo hin können wir nicht. Ich schauke hier, ich schauke hier. Ja, ich bin. Oh, hoffentlich komme ich da hin, ohne dass die mich ja wegbomben. Wieder einer angeleitet. Ich glaube, es tut das ja da unten. Ich glaube hier. Oh. Oh, sie schießen. Alter, die Idioten. Wo schießen denn die? Die sitzen auf dem Dach, nicht rausgucken. Die legen dich um eiskalt. Was ist denn auf dem Lexus da? Heißig heiß. Das Dumme ist, die sind auch hier drüben. Die Arschlöcher decken alles ab. Ja. Nein, da muss ich erst mal heilen. Aber dann habe ich gekillt. Ich bin in einer kleinen, in einer kleinen Baumarbeiterbude. Oh, ich glaube auch mal dahin. So, hier ist nämlich ja schon der nächste Krankenwagen vor dieser Drecksbude. Da muss ich hinrennen. Ich küsse mal hier durch die Mauer kurz ins Spar, ja. Ah, nein. Ich küsse die hier drüben. Idiot. Ey, bevor ich das wusste, dass die hier oben sitzen, bin ich ja immer genüsslich rumgerannt und es ist nie was passiert. Erst seitdem ich weiß, dass die hier oben sind, kriege ich auch immer aufs Maul. Kann ich ja nicht stehen bleiben. Nee. Ich weiß, du stehen bleibst, kommt die hinterher weg. Was ist los? Oben, also Baustelle ist der. Was? 2. Etage Baustelle. Und es geht? Ja. Ihr seid noch in dem Bauding oder was? Nee, am Krankenwagen. Wir sind am Krankenwagen. Wir müssen hier durch das Loch durchrennenbleien. Wollen wir erstmal gucken? Ich habe da oben nicht gegengesehen. Das ist Wichuwi. Wichuwi! Ja, das geht noch. Wir können rennenbleien. Nein! Abgerutscht an der scheiß Leiter. Äh, Rampe. Mann, ich brauche MRE, ihr Idioten. Wir scheiden ja jetzt hingerannt. Na, wir sind hier in die Bude. Ey, bleib, wir müssen sogar hierher. Ja, wegen... Best Friend. Genau. Instinktiv scheiße gelaufen. Scheiß richtig. Ihr rennt hier in der Bude rum, oder? Ja, ja. Bist du hier beim... Bist du bei uns mit, nur, Bruder? Ich bin ja hier. Ja, die rennen hier draußen rum. Achso. Mann, Junge. Kein MRE hier. Ich kotze gleich im Strahl, Alter. Doch, ein verschissenes MRE. Halt da oben offen. Was ist das hier für eine Waschküche? Küche. Die Waschküche habe ich noch gar nicht gesehen. Wiegeleisen kannst du mitnehmen. Oh. Oh. Golden Star. Wacht ich mal. Wow. Ponselöber, Alter. Herr damit. Vaseline. Vasili. Vasili. Vasili's Vaseline. Für den ganzen Mann. Schau mal was essen hier. Was hier? Komm her. Oh, schlachtartig. Was kostet die Welt. Scheiße. Brauch ich nicht. Dr. Teufel, kommst du hier auch spaziert? Nee, ich bin bei euch drin. Ja, ja. Na ja. Kommst du hier spaziert? Da ist er. Nee. Nee. Du läufst auch irgendwie auf der Stelle. Ach, hier ja. Er slidet. Er ist Mr. Slider. Er ist Mr. Sliding. Moonwalk, ja. Ja, komm mit, Playi. Ich glaube, er ist direkt rausgeflogen. Er sprichst du nicht mehr mit uns. Was? Bist du hier hoch? Ja. Die hier hört mich nicht mehr. Doch, jetzt hör um und ich. Ja, du kleidest. Du machst hier einen Moonwalk. Mhm. Was mach ich? Du bist auf der Stelle rumgelatscht. Ja. Hä? Ich lauf hinter euch. Hä? Ja, eben nicht. Playi, wir haben ihn doch gesehen, oder? Ja. Er hat geschleidet. Oh Mann. Warte mal. Ach, hier ist das. Da gibt die Russenfahne. Hier, genau. Geil. War das das jetzt? Ja, ja. Da ist es. Die scheißen hier in die Waschwanne rein. Ey. Was? Die scheißen hier in die Waschwanne. Da ist Klob hier. Oh. Bin ich jetzt heuerlich? Ja, ja. Da siehst du uns hier doch. Ja. Ja, weil ich jetzt in einen Skeptnis abschießen konnte. Ach so? Ja, irgendwas stimmte nicht, ja? Deswegen hast du geslidet vorhin. Mhm. Oh, da liegt ein Motor, falls jemand Motor will. Nein. Na, richtig viel Kohle, aber... Ja, cool. Ja, richtig viel. Ja, ich könnte ihn ja mal mitnehmen. Ich könnte gar nicht... Er nimmt ihn gar nicht, Alter. Was? Wieso nicht? War ja nicht Nimm-Tier. Ich hab ihn schon dreimal eingesteckt und er nimmt ihn nicht. Ach so? Nee, keine Chance. Er nimmt ihn nicht. Un-Einnehmbar. Ich sag mal kurz, ne? Was hält hier nicht hin? Ja, irgendwas hält ihn nicht hin. Ja, irgendwas hält ihn nicht hin. Ich mach mal ein Reconnect. Oh, ne? Das kann ich alles hier hinher switchen. Ja, warten. So lange auf dich. Oh, ne? Der Motor ist aber weg. Ja, ich hab ihn auch nicht eingesteckt. Hä? Bei mir ist er noch da, hier. Bei mir ist er weg. Ich bin vielleicht bei dir was nicht. Ich schreib da keinen Platz. Jetzt mach ich Platz. Jetzt geh ich hin. Sag, hier. Ich nehme den die ganze Zeit. Er ist ja gar nicht mehr da, Alter. Ich hab den schon viermal genommen. Was? Ich hab ihn aber nicht. Ich geh kaputt hier. Ich hab ihn nicht. Deswegen nimmt er den nicht, weil er nicht da ist. Aber ich seh ihn doch. Hm. Vorhin hab ich ihn ja auch gesehen, aber jetzt ist er weg. Ja. Er hat Platz gemacht. Er wollte ihn nehmen. Er hat es umgegriffen. Aber er lag einfach noch da. Er hat kein Geräusch gemacht. Gar nicht. So. Jetzt ist er weg. Und ich hab ihn auch nicht einstecken. Das ist geil. Irgendwas stimmt nicht. Da draußen bejacken sie sich. Ich hör nicht. Ich geh kaputt hier. Hier raschelt einer im Busch. Draußen beschießen sie sich. Du hörst das nicht? Nö. Nö. Alter, spielt ja jeder sein eigenes Spiel. Hier einer im Busch, Alter, wie ein Volldepp. Nö. Bei dir bleibt. Aber im Moonwalk hat Stefan gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man überhaupt den PvE wie kundig? Warte mal. Ja, warum nicht? Ja, stimmt. Drückt echt. Oh, ich hab sie gesprengt, alle zwei. Sie sind... Ich hab auch keinen Schrein hören. In dem haben wir keine Zeit mehr gehabt zum Schrein, Alter. Die sind direkt zusammengebrochen. Achso, okay. Oh, okay. Direkt zusammengebrochen, die Brüder. Weggesackt. Mhm. Vom Veranstalten. Okay, damit du einfach mal den Motor einladen. Bist du noch... Bist du wieder zurück? Loading Map gerade. Okay. Der Motor war komisch. Hm. Der Motor war verpackt. Ja, für mich steht er da. Und ich kann nicht nehmen. Bei dir war er auch da. Ich hab ihn nicht genommen, aber weg. Vielleicht kommt er aber bei dir was nicht. Hm. Alles. Bei allen Bäden. Ja. Und sonst kann ich ja alles machen. Mhm. Also von daher... Kannst du ja nicht die Schuld auf Blangi abwälzen. Mö. Haut alles hin hier, ja. Ja. Und das ist einer meiner liebsten Exits. Mhm. Na los, jetzt komm. Ding Loot, alter. Schön. Ja, hab ich doch schon eingesteckt, den ganzen Loot. Der hat sich hingehackt. Der schreie nun gar nichts. Nee. Der war auch direkt tot. Das Hirn wurde vom Körper getrennt. Okay. Mit einem sauberen Genickschuss. Da hatte der auch kein Hirn. Scheinbar. Weil er hockte sich direkt dahin, wo ich ihn sehen konnte. Schön. Das war auch er hirnlos. Mhm. Oben leer. Mit seinem Panzermütze da. Dauert das beim Reconnect länger als beim normalen... Was? Was? Wir müssen mal die Gita fragen. Ja, wir haben gerade noch 5 Minuten. Dauert der Teufel. Wenn nicht, läuft der schon mal los. Nee, wir haben noch 20. Das ist kein Stress. Wir müssen doch Papier holen. Haufen. Ja, das hat man jetzt eigentlich... Einen Haufen. Ja, in der Bank und im Einwohnermeldrand. Was schießt denn du nur? Ja, hier rennen sie rum. Ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Na gut, sehen. Ich gucke ja auch nicht. Aber hören tust du gar nicht. Ja, gehört habe ich die auch nicht. Aber ich gucke ja. Achso. Dann schieße ich über ein paar Türfläge. Das brauche ich eigentlich auch. Wading Session Start. Nee, dann starte doch. Was brauchst du für ein Scope? Ich hoffe, dass du drauf hast. Er kam Helden mutig hinter der Tür vor. Komm los. Ey, Doktor Teufel, du laberst irgendwas, oder? Erzählst du? Ja, ich bin da. Gut. Seid ihr jetzt? Mrazorta! Ja. Mrazorta! So, nein, wir müssen hier raus und dann gerade rüber. Da habe ich ja schon die zwei Arschgeigen erschossen. Da können wir getrost reinmarschieren. Doktor Teufel musst du mal zur Post. Und dann würde ich auch langsam die Heimreise antreten. Ja. Ja, wir haben mal gefahren. Geladen ist alles. Perfekt. Ja, zuckt nur. Der Motor, der Motor ist ja aus meiner Hausstasche gefallen. Hier, hier liegt er. Wie liegt denn der hier? Wo? Da liegt der! Hä? Der ist gerade aus meiner Tasche gefallen, Alter. Hast du ihn rausgemessen? Wo liegt der Motor? Jetzt haben wir schnell einstecken. Wo liegt der Motor, Alter? Ich bin in die Treppe runtergerannt, auf einmal flog der raus. So, wir müssen hier wieder raus. Oh, scheiße. Irgendwo hat er slide oder wird er da hinten? Siehst du das? Stefan slide. Ne, da kommt er, da kommt er doch. Bei mir slide der hier. Das stimmt bei dir, weiß nicht, Alter. Ja, ich hab keine Ahnung. Aber alles andere geht doch. Irgendwie ist jetzt ein Play in der Wohnung drin, würde ich sagen. Das ist wirklich der Motor, aber da. Hier, ich kann alles aufnehmen. Aus der Hosentasche gefallen. Ja. Ich bin in die Treppe runter, auf einmal kurzelte da runter. Ist ja komisch. Was ist denn jetzt? Los kommt Jungs, wir müssen weiter. Ich hab mir auch noch da liegen sehen, vor allen Dingen. Ja. Ach, wir haben in den Zaun kommen wir ja nicht. Was? 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 Wir filmen hier, Fack. So, hier müssen wir lang. ja die stehen da ist keiner so jetzt hier musste suchen ich weiß nicht wo das liegt der scheiß doch der teufel weißt du dass man liegt bei kommen zu mir also einmal hier drinnen auf dem ding auf dem tisch aber wir sehen es ja nicht ich bin oben also nicht schließen wenn du hochkommst hier kann es glaube ich auch liegen hier oben geradeaus hinten der führer ein in dem bücherstapel oder kommen ins regal hier in den schrank muss man gucken bei dr teufel ich gehe schon rüber zur post schleicht schon wieder ich mache es nicht so machen wir noch tausend mal hier ja ich habe ich rennen sehen dahinten hat ja geschrieben treibend reif an mir ach schießen könnt ihr aber okay ich habe erschossen ich auch also ich bin schon hier schon in der post drin die hast du jetzt gemacht die tür ist noch zu Ach, du bist hinten langgelaufen. Ja. Brauchst du her. Willkommen rein, nicht erschrecken. Achso, ich sehe es ja wieder nicht. Boah, ah, na. Das ist immer klar, ja. Na ja, vorne das Licht hält jetzt gerade nicht. Brauch einer einen Iskra. Hier braucht man was. Ja, jetzt habe ich. Warst du das? Ja. Was ist da unten? Ich habe den Iskra da reingepackt in das Ding. Ja, können wir theoretisch schon weiter. Ja. Das brauchen wir da auch, oder? Ich weiß, dass wir das brauchen. Das haben wir aber gerade abgeholt, beide. Ach, das war vorhin das Jahr. Ach, stimmt. Verwechselt. Wie funktioniert das eigentlich mit dem BTR? Weiß das jemand? Das ist schon mal jemand mit dem BTR? Nein, ich kann einfach einsteigen. Dann musst du dem Geld bezahlen. Ja. Wie viel? Boah, das habe ich nicht im Kopf. Ich habe es noch nie gemacht. Okay. So, kommt mit, ihr Schergen. Hier liegt noch Schokolade. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber. Hier ist was. Hier ist gerade was gelaufen. Ja. Ich sehe den nicht. Weg ist er. Na, Lappen. Kommt noch einer. Hab ich. Okay. Oh. Das ist halt nicht stehenbleib. Einfach rennen. Ich renne. Wenn ich jetzt noch ein MRE finden würde, wäre ich glücklich. Mach doch nur, doch. Okay, kaputt. Dann können wir nicht nehmen. So, dann rennen wir hier raus, rüber und zum Sewer. Ja. So, hau ab. Dr. Teufel, Junge mit dem G36. Ich weiß, ich. So. Der verbrotet auch nicht. Oh, die Arschlöcher noch. Na ja, die müssen wir umlegen. Ja. Der liegt uns um. Da bin ich umlegen. Die Eisenbahn betrachten. Kann laden, oder? Oh Co. Das andare. Den Robbenfall fährt. Iiii. Vielleicht sind hier auch in der Bude drin. Ich denke mal. Genau. Denke ich auch. Ne, ne. Steht hier gleich um die Ecke. Ach ja, da ist jetzt doch viel rein. Der hat nur umgelegt. Ich nicht, glaube ich. Vielleicht ich. Keine Ahnung. Bleifänger. Bleifänger. Bleifänger hätten umgeleadet. Der hat ja nichts Schönes. Das ist ein Heselhelm von 9 oder so. Seine Kanade. Irgendeiner was braucht davon? Müll? Nö, nö. Ich brauche nichts. Ich bin wunschlos glücklich. Wenn er ein MRE hat, dann würde ich es nehmen. Ach, die hat 17 oder? Was habe ich denn vorhin von 47 gelesen? So ein Scheiß. Meine Kopfhörer nehmen und eine kleine Brille, ja. Aber wie man in der Gruppe gleich direkt mehr Zeit hat. Kannst du ja auch gar einer mal raus und wir warten, bis er wieder drin ist. Wenn ich alleine bin, dann habe ich ja Stressdruckbetankung ohne Ende, weiß ich mal wo mir der Kopf steht. Okay. Dann ist schon wieder einer von den Armläufen. Ja. Je länger wir hier sitzen bleiben. Dann können wir da auch noch was fluchen. Okay. Snipe. Wie geht's mit? Nice. Here you are. I want to come back. Sorry. Nice. Okay. Ja, wie damals. Was? Ah, da ist er. Okay. Ey Blei, komm schnell hier rüber. Ja, die haben wir noch. Geh mal hier hinten, da trägst krank. Das Ding liegt eigentlich immer hier. Ja, da ist es. Hammer, ja gut, geil. Dr. Teufel, du auch gebraucht? Ja, ja. Okay. Ich lauf mal kurz rüber in das Schubaya hinein. Was? Ich liege aus dem Bild. Da lebt du noch ab. Ja, ich konnte ja nicht schießen, Dr. Teufel oder so rannte mir vor der Nase rum. Ich seh den ja noch nicht einmal. Ach so. So, weiter geht's. Alter, was ist hier an dem Bild los? Alter, der eine sieht den Motor nicht. Der andere... Du hast den Skeft nicht gesehen, ne? Ich konnte den nicht erschießen, weil du ja vor der Knarre rumgetanzt bist. Nein. Ich hab den nicht gesehen. Aha. Deswegen hab ich mich noch gewundert. Mhm. Da stand ich an der Tür. Ja. Deswegen hab ich mich noch gewundert, auf was schießt du da? Man hat's geschossen, aber auch nicht tot. Ne. Na ja, ich konnte schon vor der Knarre rumtanzen. Ja, ich hab von irgendjemanden nichts gekriegt, ja? Von denen wahrscheinlich. Was hab ich jemanden gesehen, außer euch zwei. Ach nee. Oh, geil. Das geilste ist der Motor. Er liegt noch da für mich. Ich nehm. Ihr bleibt aber liegen. Hab keinen. Hab ich mein Zeug wieder zurück in den Rucksack. Was? Ich hatte ihn aber gar nicht eins. Das gibt's doch gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Unabich vom NDR kann ein bisschen shootschen. Superbk 300. Hoلا. Happen wird das da andere Kっと. Wegener.